kannst du wieder der Leinster das ist die Partie da liegst du falsch um das für eine Mission ist in das Ziel ihr seid auch bei der schon gepromotet ich bin noch gar nicht promotet dafür habe ich die ganzen neuen Waffen die Wasserhausen das für eine Mission jetzt um dann musst du hingehen Prozent Reaktor anwerfen und dann wieder raus sie ist dann schon welche brauche brauche man davon dass sie gar nicht am Schluss vieler ist mir egal wie Tesla Kanone mit die kann nämlich nix i er hat Logik und so nicht schießen warum ich verschlagt ihn aber kommt was den Patrik von jetzt schon wieder zurückgelassen ist ausschaut ja ich versuche hier alles zu töten aber ihr nicht ja wir laufen hier einfach wow Peter ist da hinten stehen geblieben er hat er er hat er oder allein diese Teile sind schmerzend ist eine Explosion gleich dort wird jeden Fall durchgenommen Haare Patrick Prozent Euro auch das ist grausam los auch auf zur Halli auf die Stelle zu mir und das nun bist aber nein ja kommt doch mal mit wenn ich hier auch alle hier auch in der Höhe aber das Teil ist auch geil immer machen kann ich mir noch mal die konnte man sich doch irgendwo bei dieser komischen Kanone einloggen ich mache jetzt schon mal ne oh mann das hab ich aber schon wiesling so fertig oh Gott nein die auf der Tür auch ich finde die Tesla kann nur ne Sau cool irgendwie diese Tür braucht einfach total lange um sich zu öffnen so was ist denn das take personal here kid haha oh Gott was hat man jetzt gemacht da Reaktoren geworfen müssen wir ganz schnell so lang müssen wir wieder zurück Aux 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 wir sollen den Zuschauer vielleicht mit einbinden ja das ist schlimm ja muss man sich auch wieder mit dem Konzentrieren vor allem also diese Türbräufe der Slexte bei allen von ziemlich warum eigentlich versteht es nicht so dass er sich in der uns der Verzweiflung der Sonne wahrscheinlich an die ist es ein schlechter PC hier da steht das wieder lang müssen bei den Fall ich habe ein Feuerlöscher der Halle an du kannst rundherum laufen wo man dort warum er weiß was immer so gestorben erbrennt da Peter so dass er verletzt hat in diesem Tag ich habe den Tassen ein bisschen angesägt hohe es ist ja schrecklich ja das klingt sehr appetitlich alles ab wie viel Jan ist zu spielen auf du darfst auch sterben nimm du darfst leben sollst du wenn das etwas wenn wir diese Tür kaputt machen wo wo es bringt nicht ja aber irgendwie hier müssen wir doch rein wann gehen die Türen ach die Tür öffnet sich schon die geht verdammt lange und ich kann sie nicht aufsägen schade schade also Lennart vielleicht vielleicht wirklich ein paar aktuelle Jahre aussuchen sollen hast du denn irgendwelche Ideen wie ist denn so die Schule in der Schweiz streng bist du mit einem Schulsystem zufrieden ach die haben ja ja dass du das Prozent um dass wir um sagt er geht in dem Asien jetzt mit einem weiteren Jahr erweitern falls man nicht so gut war auch hier nein das habe ich nicht gelesen aber wo er kann und ich habe mir nicht wollen ja ja nicht da muss hier ein spezifisch heißt wo auch ich habe ziemlich viel Schaden bekommen Milchen komplett aber ja wahrscheinlich habe die Unmengen an wenig Schaden gemacht aber ich bekomme jetzt so oh ja ich bekomme die Raketen jetzt jetzt bekomme ich die Raketen das ist ja geil so next so so ein bisschen Niveau los so nächste Mission aber was ich mal einwerfen wollte ich habe mir meinen Kiefer ausgekugelt Pferde Prozent und ich bin so wie das ist nichts besonderes eigentlich auf dem der Zirkau und ausgekugelte Kiefer Nein er wird sterben ich kann ich jetzt einst mehr zu tun warum ich in den Flammen der Verhung er eingeschaltet deshalb lebt erlich gehört reizen können nutzen ach das nächste Leben der Kassel um es ist die Linie aus Ex und so da brauchst du Gott der Jan der kann der heutige Promo verfertigt oder ein noch siebenundzwanzig lehnt an dort zu die Erechtheitsche Rüstung liegt im Käfer in den Sporns Herr Peter mein Jahr die elektrische Rüstung ist habe ich halt nur das was sich ausgerüstet habe Prozent ist es schlau wenn wir das machen ist zu spät und so ist ich habe so ganz schön ausgeht nein verdammt er habe ich bin so gemein zwingend dazu die Mission hast du es bis vor oder 87 als Medikorben wegen den Ähnliches bei uns kann ich mir heilen so du darfst Leben bestürzt und es ist ein Name der Güte gilt nein das ist ein Zitat aus Simpsons das ist gesagt ich habe sehr viel Leben verloren ihr lasst mich hier zurück, ich zum Schluss sterbe ich noch, ich muss ja kommen mal wenn sie vor allem kommen, ich weiß war hier oben schon jemand äh, hier oben war schon jemand hier oben der Holly war hier oben wahrscheinlich schon äh ey Jan, ey, das gibt es ja, wie schnell bist du? oh, da ist schon der Parasit hinter der Tür ey, der Jan, der hat auch eine Kettensäge nein, 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 nein nein, 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 nein das habe ich nicht heilen wir mussten dann 8 Euro es gibt ein paar Parasiten mehr so, ich schau jetzt dem Lennart zu und kommentiert wie schlecht er will so, hey aber meine Leiche liegt da gar nicht mit mir es gibt ich bin ich durfte ja nicht er hat gesagt was aber ich durfte ja nicht ganz knapp ausgerüstet oder ich habe auch gedacht ich hätte sie ganz knapp ausgerüstet aber ganz klar also was ich eigentlich auch nicht ausgerüstet um es sagt Kasse Oro und Lennart sagt Kassel Zack Kasse jetzt schnell weg das war ganz schön knapp wir haben der Schreiter immer um die Spiele bei der Gäste auch vertreten abkommen keine Feuerwehr hat so ein Schrei er kann jetzt überhaupt weiter machen und täglich auch kein also sonst werden wir sind so Mission so sowieso werden dieses Spiel ist intelligent das hast du gesagt wird so schützend das wird nicht nur die Würmchen da wir haben der Fall aus Prozent Prozent ich war auch ag das hat sich das ist die hat Prozent Euro Prozent Lester Lennart sich kurz sein Gehirn rausnehmen ich habe einen Arm hinter mir aufnahme legt passiert euch sowas nicht ja dieser Aufnahmelecks der hat es ist mal wieder irgendwann mal neue Aufnahmen Stauern das mache ich jetzt Oh ja, jetzt ist wahrscheinlich vorhin die Stimme ganz uneingepasst gewesen, jetzt ist es wahrscheinlich total seltsam für euch, wenn der Lennart wieder auf die Fragen gescheit antwortet, die wir ihm stellen Ja Lennart, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ockergelb Ockergelb? Nein Eigentlich nicht Ockergrün Was ist das denn? Da liegt ein Feuerlöscher übrigens, Lennart hast du ihn übersehen, schlecht Und da liegt so ein komisches Würmchen auf dem Boden Was machen diese Würmchen? Sterben Und Lennart konnte ihm vor allem keinen Schaden machen Ich kann zum Aufzug kommen Welcher Aufzug? Wie kommen wir? Ja, Aufzug Jetzt habt ihr meine Sentry Gun nicht Oh Mann, wie komme ich denn hier raus? Lennart, du bist zu dumm für Juel Also theoretisch müsstet ihr da lang kommen, irgendwie Ja, wir müssen unten nirgendwo rum Also voll den Umweg laufen? Ja Komm zu mir Da ist noch was Ich hab's jetzt vorher gelockt Jetzt musst du ganz... Oh ja, das war klar, Lennart zündet sich wieder selbst an Peter, komm her Oh jetzt haben wir Hier ist kurz doppelt gehört-zehend saturation Ja Ich hab's auch ver-p-p Der Kiefer haha äh welche Taste muss man da drucken, welcher Taste muss man da drucken? Ich hab's auf C Drucken Ich weiß nicht, ist es bei mir auf C? Hört ihr mich jetzt doppelt? Ich quäle euch Lennart, lasst den Scheiß Niemaaals, niemaaaals Lennart, hör auf Lennart? Ja Hör auf Ich lass doch schon Lennart, hör auf Und willst du wieder so ein Video? Nein Gibst zu, innerlich hat's dir gefallen Halt die Fresse Hä, was ich bringe mich eines Tages noch um So, mein Freund Das seh ich schon Dann scheint mir einsteig Oh, da ist das so, von der Decke gefallen Von Boden gefallen Der Patrick ist vom Boden gefallen Ja Boah, kommt der Lift bald? Und der Jan schreit Der Jan schreit für Mädchen Ja Weil der andere mich hier anbrennt Ja, frisch gebraten ist Jan am besten Frisch gebraten ist Jan So, wir können rein Wuh, 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 wuh Ich komm schon, ich komm schon Ich komm schon Ey, der hat versucht mit der Kettenwinger auf mich loszugehen Ich verklage mich über den Körperverletzung Was denn Under the Gun Ich tu sowas nicht Näh, du nur nicht Oh, ich hab jetzt die Ray Rifle Ich probiere alle Waffen außen diesen Let's Play, weil das ist Boah, scheint die Scheiße gewesen Und der 23 im Deal bei 60ern Oh mein Gott Komm, wir spielen dieses Spiel nicht so profimäßig wie du Ja, wir spielen das nicht Vollzeit Ja